Türchen 12 Malfoy war spät. Sehr, sehr spät. Harry guckte wieder auf seine Uhr und fluchte. Die Dinge hatten sich so gut entwickelt, er verstand nicht, was passiert war. Malfoy hatte begierig gewirkt, Harry zu treffen. Er hatte versprochen zu kommen. Harry vermutete, dass es möglich war, dass Malfoy einfach nur schwierig sein wollte und sich deswegen absichtlich verspätete, weil Harry es gestern getan hatte. Harry schnaufte und nahm es Draco übel, dass er so nachtragend war. Während er sich wünschte, einen ordentlichen Wärmezauber anwenden zu können, hüpfte Harry durch die Gegend, um etwas Blut in seine erfrorenen Zehen zu leiten. Er nästelte am Knoten seiner Krawatte. Sie wirkte ihm die Luft ab, aber er wollte sie nicht abnehmen. Er hoffte, Malfoy würde es tun. Ferne Schritte halten durch die Nacht. Harry schrie beinah vor Freude und Erleichterung auf und rannte zur Treppe. Er warf sich beinah auf die Gestalt, die aus dem Dunkeln kam, aber ein Aufblitzen von Orange ließ ihn prompt stehen bleiben. Harry starrte in das sommersprossige, bleiche Gesicht seines Freundes. »Ron«, flüsterte er, »was tust du hier?« »Wieso? Ist das eine private Party?«, grinste Ron, jaulte aber auf, als er nach vorne gestoßen wurde. »Ernsthaft, Ron!« Hermine erschien hinter ihm. »Du blockierst den Weg!« Seine Freunde in komplettem Unglauben anstarrend, überkam Harry der irrationale Drang, sie anzuschreien. »Was dachten sie sich dabei, zu seinem Rode-Vous zu kommen?« »Ihr müsst verschwinden«, begann Harry, aber dann sah er das vergilbte gelbe Pergament in Hermines Hand. Die Erkenntnis traf ihn sofort. Er riss die Karte der Rumtreiber aus Hermines Hand und suchte sie nervös ab. »Ist was passiert? Geht es ihm gut? Wo ist er?« »Möglicherweise, ja. Und in seinem Schlafsaal«, sagte Ron und Harry sah auf. »In seinem Schlafsaal«, wiederholte er tonlos, »aber das bedeutete, er kommt nicht.« Ein schwerer Brocken setzte sich auf Harrys Brust, drückte ihn nach unten. »Malfoy würde nicht kommen. Er wollte Harry nicht mehr sehen.« »Ich fürchte nicht, Harry«, sagte Hermine sanft, »sie hätte ihn genauso gut schlagen können.« »Warum?«, fragte Harry und hasste seine weinerliche Stimme. Er hatte sich den ganzen Tag auf dieses Treffen gefreut. Er ist sich sicher gewesen, dass Malfoy genauso fühlte. Hatte er alles nur gespielt?« »Äh«, hustete Ron. Sein Blick war ausweichend. »Wir sind uns nicht sicher. Wir haben die Karte vor Mitternacht angesehen und er war auf dem Gang im sechsten Stock in Richtung Ostturm. Und dann?« Harry studierte ihre Gesichter. Sie sahen beide schuldbewusst aus. »Dann waren wir... äh... äh... abgelenkt«, sagte Hermine errötend. Harry stöhnte und Ron fügte schnell hinzu. »Als wir wieder drauf sahen, war ihr schon im Gemeinschaftsraum.« Vor Frustration knurrend klammerte sich Harry an die Karte und beschloss, sich nie wieder von ihr zu trennen. »Was meint ihr damit, dass er es sich überlegt hat?« Ron und Hermine tauschten einen Blick. Hermine zögerte, bevor sie sprach. »Eigentlich glauben wir, dass er erwischt wurde. Filch und Peef sind beide in den Kerkern und wir sind sicher, dass wir sie zuvor im siebten Stock gesehen haben. Beide drücken sich vor dem Slytherin-Eingang herum. Es ist seltsam. Es sieht beinahe so aus, als würden sie ihn bewachen.« Seinen Blick auf die Karte senkend fand Harry schnell die beiden kleinen Punkte, die mit Argus Filch und Peefs beschriftet waren. Sie waren beide noch in den Kerkern, was an sich seltsam war, denn beide favorisierten die allgemein zugänglichen Plätze, wo Chaos und Regelwidrigkeiten eher zu finden waren. »Aber wir können nicht sicher sein, Harry«, fügte Ron in einem irritierend sanften Ton hinzu. »Es ist bloß eine Theorie. Du solltest deine Hoffnung nicht hochschrauben. Vielleicht hat Malfoy nur...« »Ich weiß«, unterbrach ihn Harry, versuchte wirklich hart, seine Hoffnungen niedrig zu halten. Er fand Malfoy und starrte auf den kleinen Punkt, als ob er ihn dazu bringen wollte, ihm zu sagen, ob Malfoy ihn versetzt hatte oder man ihn bösartig aufgehalten hatte. Er musste aufgehalten worden sein, dachte Harry. Es würde einfach mehr Sinn machen. Wenn es so war, erinnerte ihn eine boshafte kleine Stimme. Malfoy, der ihn verarschte und mit seinen Freunden lachte, machte Sinn. Und Malfoy, der ihn küssen wollte und ihm Frühstück brachte, machte überhaupt keinen Sinn. Wieso konnte sein Gehirn die Wahrheit nicht akzeptieren? Was hatte ihn befallen, seinen Hausverstand gegen eine Handvoll Küsse auszutauschen? Und sein Hausverstand war komplett weg, da war Harry sich sicher. Denn ansonsten würde er nicht denken, dass der vorher genannte Tausch außergewöhnlich vorteilhaft gewesen war. Hermine zerstob seine Gedanken und zog ihn zurück in die grausame Wirklichkeit. »Jedenfalls wird Malfoy die Kerke heute Nacht nicht verlassen, Harry.« »Das ist mir klar«, murmelte Harry, noch immer auf die Karte starrend und Hermine übel nehmend, dass sie ihren Verstand nach einigen Küssen nicht verlor. Ein langer Moment ging vorüber, Harrys Blick war auf Malfoys Punkt fixiert. »Kumpel?«, fragte Ron und hörte sich dabei ängstlich an. »Du, du wirst jetzt nicht weinen, oder?« Harry sah ihn finster an und schob die Karte heftig in seine Tasche. »Gehen wir«, knurrte er, drängte sich zwischen seinen nervös dreinblickenden Freunden durch und stapfte davon. Er hörte, wie sie ihm folgten, aber er drehte sich nicht nach ihnen um. Er würde lieber ins Nichts starren und seine Füße ihn zum Gryffindor-Turm tragen lassen. Da Filch und Peeves in den Kerkern waren, hielten sie sich erst gar nicht mit dem Tarnumhang auf. Sie erreichten den Gryffindor-Turm in kürzester Zeit. Harry stürmte in den Schlafsaal und ignorierte Ron, der irgendetwas davon quasselte, dass er Hermine noch Gute Nacht sagen wollte. Harry war wutentbrannt und nicht nur wegen Draco, sondern auch wegen Peeves und Filch und Ron und Hermine und vor allem auf sich selbst, weil es ihn so mitnahm. Es war schon schlimm genug, dass er nicht mal eine Minute damit verbringen konnte, nicht an Malfoy und seine Küsse zu denken. Aber jetzt wollte er sich zu einem Ball zusammenkringeln und in Selbstmitleid schwelgen, und das nur, weil er dieser verdammten Küsse beraubt worden war. Es war so verfickt ungerecht. Er wusste nicht einmal, warum Malfoy ihn versetzt hatte. Seine Krawatte büßte für seinen Zorn, indem er an ihr riss, sie über den Kopf zog und auf den Boden schmiss. Danach attackierte er den Rest seines Gewands, richtete seinen ganzen Ärger auf den unschuldigen Stoff. Harrys Hemd zerriss und Dean murmelte etwas Rüdes in seinem Schlaf. Da er wusste, dass er sich kindisch benahm, zwang Harry sich dazu, sich zu beruhigen, und er schaffte es, sein Pyjama in aller Stille anzuziehen. Er ignorierte Ron, der den Schlafsaal schweigend betrat und sich aufdringlich auf Harrys Bett setzte, in Zweifelsohne anstarrend, aber Harry blickte nicht auf, um sicher zu gehen. »The Deus Thurkle«, flüsterte Ron. Harry guckte finster auf seine nackten Füße, um dann seine Beine auf das Bett zu schwingen, wobei er Ron beinahe einen Tritt verpasste, weil er sich unter seiner Decke verstecken wollte. »Was ist mit ihm?« Harry konnte nicht widerstehen zu fragen, nachdem Ron weiter nichts sagte, sondern nur stur auf seinem Bett sitzen blieb. »Er hatte sieben Squibbsöhne«, erzählte ihm Ron. »Er war so aufgebracht, dass er sie alle in Igel verwandelte. Total bescheuert, wenn du mich fragst. Igel sind nutzlos.« »Ich kenne das Märchen«, grummelte Harry. »Wenn du nicht herausbekommen hast, wie du Filch in einen Igel verwandeln kannst, bin ich nicht interessiert. Ich möchte schlafen.« Harry versuchte, Ron mit seinen Füßen vom Bett zu stoßen, aber der bewegte sich nicht. Ron seufzte und schwieg für einige Augenblicke. »The Deus Thurkle ist das Passwort für den Slytherin-Gemeinschaftsraum«, sagte er schließlich. Harry sah ihn scharf an. »Woher weißt du das?« »Hermina hat es mir verraten. Sie weiß alles«, sagte Ron stolz und fügte hinzu. »Sie hat es gehört, als sie einen Erstklässler aus Slytherin in die Kerker begleitet hat.« Harry bog seine Knie und setzte sich auf, starrte seinen Freund verwirrt an. Ron sah jämmerlich aus. »Warum hast du es mir gesagt?«, fragte Harry. Der Kummer in Rons Gesicht intensivierte sich. »Weil du aussiehst, als hätte dich eine Herde Hippogreife überrannt, Harry. Ernsthaft? Wegen?« Ron senkte seine Stimme. »Malfoy. Scheiß Malfoy.« Harry blinzelte. »Und die Kenntnis des Passwortes zum Slytherin-Kertkan hilft mir wie genau?« Ron hob seine Augenbraue. »Nun, du willst doch wissen, warum er nicht gekommen ist, oder?« Harry keuchte. »Nein!«, sagte er, ungläubig, ob Ron das vorschlug, von dem er glaubte, dass Rons vorschlug. »Klappe!«, rief Seamus aus seinem Bett. »Entschuldigung!«, wisperte Harry und zog eine Grimasse, presste dann die Lippen aufeinander und sah in Rons blasses Gesicht. »Du denkst, ich soll hingehen? Jetzt?«, fragte er ruhig, besorgt, dass er es missverstanden hatte, aber Ron nickte. Harry stotterte in Unglauben. Das war das Verrückteste, was er je gehört hatte. Mitten in der Nacht in die Kerke einzusteigen und in Malfoys Schlafsaal zu schleichen? Und in sein Bett? Harrys Herz schlug schneller. Sein Ärger war vergessen. Sich in Malfoys Bett schleichen? Das war nicht verrückt, das war brillant. Harry war in Gedanken bereits im Slytherin-Gemeinschaftsraum. Er musste sich selbst zurückholen, ehe er sprechen konnte. Und er musste reden, denn Ron war offensichtlich ebenso gaga wie Harry und irgendwer musste die Stimme der Vernunft sein. Harry wünschte sich, Hermine wäre hier. Dann müsste er es nicht sein. »Aber warum würdest du...«, Harry atmete tief ein, um sich zu beruhigen. »Du hasst Malfoy. Du denkst, er hackt etwas aus. Du erzählst fortwährend, dass er irgendeine Art von Falle plant. Und jetzt willst du, dass ich mich in einen Raum begebe, der voller... der voll von seinen Freunden ist?« »Ich will nicht, dass du gehst«, flüsterte Ron zurück und klang verärgert. »Ich will bloß, dass du antworten und deine Mütze voll Schlaf kriegst. Und ich will, dass du aufhörst, so zu gucken, als hätte jemand Weihnachten abgesagt. »Merlin Harry, du hättest dein Gesicht sehen sollen, als wir dir sagten, dass Malfoy nicht käme.« Rons blaue Augen bohrten sich in seine. »Es ist dir nicht erlaubt, unglücklich zu sein. So viel hast du dir verdient. Dieses sollte ein fröhliches Jahr werden. Erinnerst du dich? Rons Blick verfinsterte sich. Natürlich musste Malfoy es ruinieren. Er hat nicht, was auch immer. Ron wedelte mit seiner Hand. »Ich ertrage es nicht, wenn du dreinschaust wie ein gefeuerter Hauself. Und wenn ein Fick mit Malfoy das richten kann?« Harrys Kiefer fiel herab. »Ich habe nicht vor, mit ihm zu vögeln«, hisste er. Ron verzog das Gesicht. »Bist du sicher? Vielleicht brauchst du genau das, um mit ihm abzuhören.« »Ich werde nicht. Ich kann nicht. Ernsthaft!« Harry schüttelte seinen Kopf, um die sehr lebhaften und sehr reizvollen Bilder loszuwerden, die seine Gedanken überfluteten. Sie alle sahen wie eine unerreichbare Fantasie aus und fühlten sich auch so an. »Ich weiß nicht einmal, wie ich das bewerkstelligen soll«, beschwerte er sich. »Malfoy ist nicht allein in seinem Zimmer. Es ist ein Raum voller Slytherins. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass der Rest von denen mich lieber verfluchen als küssen würde.« »Du hast den Tarnumhang. Du wirst wach und bewaffnet sein. Und die werden schlafen und wehrlos sein. Das gefällt mir. Außerdem, du bist schon mit Schlimmerem fertig geworden.« Ron grinste. »Versprich mir nur, dass du Malfoy verhexen wirst, wenn er dich absichtlich versetzt hat.« »Das werde ich!« Harry nickte und runzelte dann die Stirn ob seines eigenen Versprechens. Er verhielt sich, als hätte er bereits entschieden zu gehen. Harry knabberte an seiner Unterlippe, um sein Lächeln zu verbergen. Aber seine Mundwinkel hoben sich von selbst. »Merlin, das ist praktisch unmöglich, ganz zu schweigen von gefährlich!« Ron kicherte. »Hö, hö, hö. Ich dachte, du magst den Plan.« Harry grinste und schoss aus seinem Bett. Er entschied, dass er keine Zeit hatte, sich anzuziehen. Er steckte seine Füße in die warmen Hausschuhe, schnappte sich den Tarnumhang und die Karte der Herumtreiber, um dann, etwas außer Atem, mit einem Blick auf Ron innehielt. »Danke!« wisperte er um den Klumpen in seiner Kehle. Er hatte plötzlich gemerkt, dass, egal was mit Malfoy passiert ist, es ihm dank seiner Freunde schon besser ging. »Ich weiß, du hasst ihn.« »Ich hasse ihn nicht. Ich vertraue ihm nur nicht. Ich vertraue allerdings dir.« Ron lächelte ein wenig. »Und ich weiß, dass du dich an die Schutzzauber erinnern wirst, falls du vögelst. Ich gehe,« sagte Harry stöhnend, aber grinsend. »Merlin sei Dank,« murmelte Neville schläfrig und Harry eilte aus dem Schlafsaal in der Hoffnung, dass seine Zimmergenossen nicht zu viel gehört hatten und Malfoys Zimmergenossen gar nichts hören würden. Er warf den Tarnumhang über sich, während er rannte und sah auf die zerknitterte Karte. Peeves und Filch waren immer noch in den Kerkern, aber sie würden kein Problem darstellen. Harry konzentrierte sich auf sein Ziel, einen Punkt namens Draco Malfoy, friedlich sitzend in einer Ecke des Schlafsaals. Es rauschte in Harrys Ohren, als er in Richtung der Kerker lief und stellte sich frohgemut Malfoys Gesichtsausdruck vor, wenn Harry neben seinem Bett auftauchte. Ende Türchen 12